Denk dran, hier sind Xe. Siehst du auch die Blockaden, die ich sehe? Ich sehe auch die Blockaden. Ich kann... Ich sehe es von oben. Ich stehe doch... Wenn du oben rechts hinguckst, stehe ich. Naja, ich dachte, du siehst vielleicht nur was anderes als ich. Das kann halt sein, weißt du? Nee, aber... Okay. Achso, das ist dasselbe wie das erste Spiel wieder, nur dass du Blockaden hast. Okay. Wait. Ah, ich weiß, was das Problem ist. Einerseits sind ja Blockaden, dass du nicht überlang gehen kannst. Der Boden fällt wieder runter, sobald du über ein Blatt weg bist. Das ist wieder dasselbe. Ah. Aber von mir aus sind ja Blockaden auch zur anderen Seite hin und ich sehe nicht, was da für Symbole sind. Bei mir sind überall Xe. Nenn ich auf den Barrikaden, sondern auf dem Boden. Auf dem Boden vor dir ist doch ein Symbol. Ach du Scheiße, ja, ich verstehe. Siehst du, links hinten bei der Barrikade ist auch ein Symbol. Da weiß ich zum Beispiel gar nicht, was das ist. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Okay, dann machen wir jetzt einen Abstecher. Pass auf. Die Guillotine ist das erste, was vor dir ist. Geh da einfach mal drauf. Dann geh mal nach links. Dreh dich nicht, geh einfach nach links. Also einfach das mal. Dann geh nochmal nach links. Dann geh eins nach vorne. Kannst du mir sagen, was du da vor dir siehst? Dreizack. Dreizack. Okay, und davor? Da ist da noch eins. Gibt es nichts. Nichts. Okay. Echt? Okay. Da ist nichts, nee. Dann gehst du jetzt nach rechts bis zur Wand. Jetzt nach vorne bis zu der Barrikade. Bist du der jetzt hier ganz hier vorne? Noch zwei, ja? Noch zwei. Oder noch drei. Eins. Eins noch bitte. Noch eins. Genau. Und nach links auf das Ding. Ja. Jetzt sehe ich zum Beispiel, dass da... Oh, nee. Das sehe ich noch nicht so richtig. Geh eins nach vorne. Sieht aus wie ein Bienen... Okay. Äh, eine Schlinge. Das ist schon eine Seilschlinge. Geh da drauf. Geh nach... Oh... Ja, geh mal da drauf. Egal wie. Ja, wie lang soll ich denn laufen? Probier einfach... Na, zwei weiter, oder nicht? Genau. Probier das einfach mal. Okay. Ja, bin ich. So, dann gehst du nach vorne weiter. Also gehst du weiter. Du kannst nicht zurück. Ja. Noch... Ja. Noch eins weiter. Fast schon so. Dann gehst du jetzt nach hinten zurück, wie du... Ja. Dann kannst du ja noch den Weg gehen. Check. Geh ich auf den Dreizack, ja? Genau. Und dann musst du einmal zu den Dolch, der da... Ah, nice. Oh, nice. Oh, geil. Sehr gut. Warte, next time heißt das geht noch weiter? Next time... Oh nein. Es geht wirklich noch weiter. Ah, wir machen alles zweimal, oder wir machen alles dreimal wahrscheinlich. Ich könnte mir vorstellen, dass die Zeit jetzt kürzer ist. Hm. Schön. Steht da was gegenüber von dir? Ja, was ist das? Ich weiß es nicht. Ich erkenne es aber auch gerade, ehrlich gesagt, nicht. Nee, das ist nur ein... Das ist nur ein dekoratives Element, glaube ich. Okay, gut. Oh, das ist eine Bombe. Nein, das passt. Ah ja, das ist ja. Das ist die Überraschung dann. So. Ich schreibe es mir kurz auf. Sicher? Mach ruhig. Och. Ich finde es auch cool, dass du heute hier Arbeit hast. Finde ich gut. Ja, ich glaube, das wechselt noch wieder. Ähm... So, wir machen dann eine Pause. Keule. Deutsch. Aber ich glaube, wir kommen ganz gut voran, habe ich das Gefühl. Ich glaube auch. Bis jetzt sind es auch angenehme Sachen. Ja. Nicht so ein Ding wie das Fahrstuhl-Rätsel. Ja, das hat einem, glaube ich, direkt den Rest gegeben. Okay, du musst zuerst auf die Sichel. Die Sichel ist, wenn du geradeaus und nach links gehst. Ja, sehe ich. Danach musst du zur Keule. Die ist genau neben dem Ausgang. Ja, sehe ich. Aber geh erst mal auf die Sichel. Nee, warte mal. Du musst erst mal auf die Sichel. Nee, das sehe ich noch nicht. Okay, ja. Warte, du siehst die Sichel? Die Sichel sehe ich. Das ist die ganz oben quasi bei dir, ne? Von mir aus auf der anderen Seite rechts. Das kann auch ein Säbel sein. Du läufst einfach, wenn du los kannst, dann bis zur Mitte. Und dann nach links. Ja, gut, okay. So. Und nach, also bis zur Mitte und nach links weiter. Jetzt. Oh, wow. Jetzt war ich erschrocken. Äh, ja. Muss man sich ja auch schon den Weg merken mittendrin? Anscheinend. Also die mussten richtig in den Weg gehen. Alter, das war ich ein Arsch. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Damit habe ich, weil die Zeit auch noch nicht abgelaufen ist. Die Zeit läuft ja noch weiter. Ich bin anscheinend, vielleicht hätte ich doch noch weiter gerade ausleben müssen. Klingt jetzt doof, aber hattest du was in der Hand? Ja, ich habe eine Kugel. Die ganze Zeit habe ich schon in der Hand. Ah, okay. Deswegen wirst du so langsam auch. Jetzt verstehe ich das. Ich glaube, die Kugel musst du gegenüber dann reinlegen oder so. Das kann, dafür ist es... Ja, dann war das wahrscheinlich, dann ist das hier wahrscheinlich das letzte Rätsel. Das ist gut. Weil die Kugel habe ich jetzt schon die ganzen, die ganzen Spiele über. Ach so. Ja, jetzt hat sich das Ding natürlich geändert. Ja. Ja, denk natürlich an alles, klar. Ähm. Okay, warte, ich schreibe es kurz auf. Erst musst du auf den Dolch, dann auf die Keule. Warte mal. Auf der Uhr ist 12369 ein Symbol. Kann das sein, dass sich da die Luken immer öffnen? Und jetzt nicht mehr zur vollen Stunde? Oh. Scheiße. Wir haben immer nur eine Viertelstunde Zeit. Aber wie soll ich das, warte mal, das schaffe ich aber nicht bis dahin in der Viertelstunde. Also bei dem nächsten ist der Weg kürzer. Du musst hier jetzt genau vor mich drunter. Also quasi dreimal nach rechts. Dreimal nach... Ah, okay, verstehe. Hm, okay. Ne? Das kriege ich hin. Danach musst du... Warte mal, lass mich kurz gucken. Danach musst du nochmal dreimal weiter quasi vor den Ausgang zu der Keule. Ja, das checke ich auch noch, ja. Der Säbe ist dann aber... Oh, und danach musst du genau gegenüber von mir hin. Also erst zu mir, dann zum Ausgang, dann gegenüber. Auf die... Auf deine linke Seite dann. Einmal so außen halt langlaufen. Genau. Einmal so außen langlaufen. Einmal den Kreis quasi weg. Aber ich bleib dann auch da stehen, gell? Du musst immer dann da stehen bleiben, würde ich behaupten, ja. Die Frage ist aber halt, wann jetzt? Zur vollen oder zur Viertelstunde? Ich würde behaupten, immer zur Viertelstunde. Das werden wir gleich sehen. Gut, wir probieren das mal. Komm, los. So, das geht dann zwar noch weiter, aber ja. Das wird... Oh, das wird dann noch weiter. Das wird sehr knapp. So, vorne, rechts, zu mir. Was? Okay, dann musst du irgendwas mit den Wegen machen. Also, es hat wahrscheinlich nichts mit der Zeit zu tun, sondern über den richtigen Weg zu gehen. Aber warte mal, sehe ich noch irgendwas? Siehst du von unten irgendwas? Sind die von unten markiert? Warte mal. Gute Idee. Hä? Das weiß ich jetzt auch nicht. Es ist gerade irgendein Fehler gerade. Ja, weil ich wieder runtergegangen bin. Jetzt dachte wahrscheinlich, dass ich mich runtergefallen. Ähm... Ne, sehe ich... Warte, ich habe eine Fackel, oder? Ah, ich kann die Fackel nicht nehmen, weil ich die Kugeln da an darf. Ne, sehe ich nichts. Sehe ich tatsächlich nichts. Ah, warte mal. Ich habe unter der Anzeige noch eine Anzeige. Ich kann nirgendswohin. Ich warte eh hier. Ich habe unter der Anzeige noch eine Anzeige. Ah, warte, okay. Das ist, glaube ich... Mach ruhig, alles gut. Ich finde es cool, dass ich immer meine Eier baumeln lassen kann. So, das mal so zu sagen. Okay. Hallo. Schild. Bestung. Schlaufe. Geht es euch gut, Chat? Die Keule ist genau gegenüber am Ausgang. Schon mal vorab. Gegenüber vom Ausgang? Ne, gegenüber von dir am Ausgang. Rechts. Ach so, okay. Okay, check. So, und ich denke mal, sobald ich den Hebel umlege, erscheinen hier drei andere Symbole nochmal. Und da muss ich lang gehen, oder was? So, du musst jetzt... Äh... Ach, du... Wo? Okay. Ach, ich glaube, du musst vermeiden. Geh mal rechts lang. Wait, what? Wir müssen das noch... Okay. Ich muss erstmal hinterkommen, was jetzt... Was das anzeigt. Das verstehe ich nicht. Mach doch mal gleich an, das Ding. Ich glaube, ich habe nur auf bestimmten Feldern Lampen. Oh. Warte mal. Weil ich habe... Sobald ich das umdrehe, habe ich nochmal drei Symbole. Und entweder muss man auf die drauf... Mach mal an. Mach mal an, das Ding. Das ist doch Rüstung, sage ich jetzt schon mal. Ja. Ne. Forget it. Ich habe überall... Ne. Gehen wir mal nach rechts. Ja, das geht. Geh nochmal nach rechts. Ah, ne. Oh, oh, oh. Geh nach links. Links, 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 links. Nicht vor. Ja. Dann nach rechts. Ja. Nein, stopp. Stopp, stopp. Ah, okay. Okay. Weiß es jetzt. Ich weiß, was es mir anzeigt. Der zeigt mir drei Felder an, die du nicht berühren darfst. Ah, na toll. Okay. Ähm. Okay. Wir machen es so. Du guckst immer Richtung Ausgang. Ja, das mache ich eh schon die ganze Zeit. Und ich sage dir immer rechts oder links oder nach vorne rechts oder vorne links. Ja. Oder hinten rechts. Oder hinten rechts und hinten links. Ja. Ja, ja, ja. Gut. Mach mal. Gut. Jetzt darfst du es mir nochmal aufschreiben. Auf ein neues. Hast du noch genug Zettel bei dir? Ja, ja, ja. Gut. Ich hasse hier. Ich hasse Spiele. Ich hasse Spiele. Im Spiel. Spiele im Spiel. Spiele, Spiele. Quasi. Spiele, Spiele. Ähm. Und im Endeffekt müssen wir eh wieder einen zurücklassen. Oder einer wird getötet. Ja, natürlich müssen wir das. Das ist ja in jedem Teil so. Ich erwarte schon nichts anderes mehr, ehrlich gesagt. Vielleicht sind wir auch beide tot. Wahrscheinlich. Einfach den, was den. Ne, forever bedeutet ja vielleicht so viel, wie wir sind für immer dann irgendwo eingeschlossen oder so. Forever. Stimmt. Aber Together hieß auch nicht. Wir sind jetzt zusammen. Oder so. Aber wir haben Together ziemlich oft Rätsel zusammen gelöst. In einem Raum. Ja, das machen wir jetzt ja auch, oder? Eigentlich. Mh. Ach so, in einem Raum. Ja, gut. Ja. Ne? Wie man es nimmt. So, ich sag jetzt schon mal vorab. Du musst zuerst zu dem Säbel. Der ist gegenüber von mir. Da müssen wir dich hinlotsen. Ja. Zum Hammer. Der ist am Ziel links. Ne, warte mal. Säbel ist unter dir. Das da. Unter mir ist er durch. Das sieht so ähnlich aus wie der Säbel. Ach so, okay. Nur, dass er kürzer ist. Genau. Okay. Ja, okay. Unter mir ist er durch. Ja. Also zum Säbel erstmal. Genau. Du kannst nicht direkt laufen. Du kannst nicht direkt laufen. Ja, genau. Weil es Sachen gibt, die du nicht betreten darfst. Ja. Probieren Sie. So, wohin? Äh. Nach vorne links. Und nochmal nach vorne links. Und dann drauf stehen. Also, und dann zum Säbel. Wir haben trotzdem die volle Stunde. Genau. Gut. Das ist aber auch gut. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die Symbole sich gleich ändern. Ja, das wäre aber scheiße. Dafür bleiben oben die Symbole jetzt. Dum, 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 dum. So, theoretisch müsstest du dann, wenn es jetzt so bleibt, einfach nur noch zweimal nach vorne rechts. Hä? Äh, es drehen sich alle Felder um. Muss ich gleich zum Ziel? Es haben sich gerade alle Felder umgedreht. Nee, es hat sich alles außer der Dolch get... Entweder habe ich es falsch aufgeschrieben und gesehen, oder ich bin jetzt gerade vollkommen verwirrt. Aber wir wissen schon mal jetzt, dass es so funktioniert, wie wir wollen. Also, dass wir einfach die Felder nicht betreten können. Eigentlich bin ich nicht immer tot. Stell dir mal vor, wir müssen dann immer alles nochmal von vorne machen. Oh, das wäre schlimm, ja. Das wäre da, also da würde ich das Spiel hassen. Da würde ich es deinstallieren. Achso, ich brauche mir das nicht aufschreiben, weil es ja immer da bleibt. Ja, die Symbole bleiben immer an derselben Stelle. Nee, äh, oben jetzt bei mir bleibt die Anzeige auch erhalten. Die hat sich sonst immer gelehrt, sobald es losging. Du musst zur Schlag... Theoretisch musst du zweimal nach vorne rechts. Theoretisch. Wenn nicht jetzt gleich irgendwas Böses kommt. So, vorne rechts, ja? Nee, 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 nee. Okay, vorne links. Ja, war natürlich klar, dass es ein Böses ist. Nochmal vorne links. Ja. Vorne rechts. Ja. Nochmal vorne rechts. Ja. Dann ganz rechts. Zurüstung, ja. Dann zurück über den Dolch. Zu der Schlaufe. Ich glaube, ich sage dir immer, welches Symbol. Ja. Hab ich. Bleib stehen. Wenn es das jetzt nicht ist, dann habe ich keine Ahnung. Nee, sag mir wirklich vorne rechts, vorne links. Das ist besser, weil die Symbole können wir manchmal vielleicht falsch interpretieren. Ja, sehr gut. Perfekt. Ist es. So, jetzt. Vorne rechts. Hä? Ich war doch ganz lieb. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Mama hat gesagt, wenn ich lieb bin, kriege ich mehr Essen. Was? Der Dolch war doch nicht. War der, warte mal. War der in der vorherigen Runde gekraut? Nicht, dass du das merken musst. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Das kann doch eigentlich nicht sein. Horror Kirmes. Ja, das ist wirklich Horror Kirmes, Syricade. Ich sage ich dir. Dieser Scheiß hier. Aber es ist trotzdem cool. Auch wenn es gerade sehr verwirrend ist. Es ist gerade... Also, oder ich stelle mich zu dumm an einfach. Ach, nein. Die unten drei haben sich geändert. Die haben sich doch geändert. Aber, okay. Dann haben die sich doch geändert. Dann ist das mies. Okay, wir legen es einfach dran. Du musst vorne links. Das war eine Frage. Okay. Vorne rechts. Immer noch eine Frage. Noch. Warte, stopp, stopp, stopp. Vorne links. Ja. Okay. Dann vorne rechts. Gut. Vorne rechts, ja. Dann rechts. Ja, schon wieder. Okay. Und dann nach hinten links zu den durch... Zu den... Ja. Entschuldigung, hinten rechts war es. Ja, aber ja. Das ist richtig. Hinten rechts war es. Aber ich wusste, dass du, wenn du durchsachst... Ja. Ja. Da haben die sich geändert. Die Säcke. Ich stehe wieder. Ich gucke wieder zum Ausgang. Einmal nach vorne links. Und vorne links? Also nach vorne. Auf die... Ja, ja, nach vorne, ja. Gut. Nochmal nach vorne links. Aber warte. Oh fuck, stopp. Zurück, 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 zurück. Zurück auf den... Ich hab... Das hab ich verkackt. Das wird nichts mehr. Das ist vor der Zeit her zu knapp gewesen. Weil du... Auf den Schlaufen... Also zurück... Nein, lass mich... Lass mich nicht zurück. Ich will nicht... Oh... Oh... Das war jetzt... Ähm... Ähm... Falsch navigiert. Oh, das ist schwierig. Weil mir kommt grad eine Anzeige. Sie haben zu viele Versuche falsch gemacht. Wir müssen von vorne anfangen. Nein, glaub ich nicht. Doch. Ich muss jetzt hier auf Neue starten. Restart. Aber am besten noch alle Kapitel von vorne. Ja, ja. Kapitel 1 will anfangen. Ja. Ja. Ja, ich glaub auch. Gut. Okay. Aber nur du. So. Okay. Aber die anderen waren einfach... Die anderen können wir nicht nochmal durchspitzen. Aber die haben sich... Die Säcke ändern das. Tja, die sind ja nicht so ganz... Äh... Hm. Die wissen schon, was zu tun ist. Okay. Warum trage ich die ganze Zeit diese komische Kugel? Damit du langst, damit du nicht rennen kannst. Ja, aber weil ich die da hinten reintun muss. Be right back. Alles klar, Gina. So. Probieren wir's. Ich find das vor allen Dingen schön, wie man da um die Zeit zieht. Ja? Vorne links. Vorne rechts. Vorne links. Vorne rechts. Das ist ja Walzer, oder was? Rechts. Was, rechts? Ja. Okay. Und zurück. Zu dem... Hinten rechts, oder hinten links? Hinten rechts. Schon wieder hier, okay. Ja, ich weiß nicht, warum das jetzt so abkommt. Ich guck wieder zum Ausgang, eh? Das nächste haben wir. Ja, ja, ja. Ist gut so. Nach links. Nach links. Noch mal nach links. Vorne links. Vorne rechts. Ja, rechts, okay. Vorne rechts. Ja, genau. Passt. Ja. Aufstehen. Passt? Okay. Oh, nein. Wird's lustig. Rosen, das schenk ich dir. Mit nem Bier dazu. Fuck. Fuck. Okay. Okay. Die nicht, der nicht. Und der Dreizack. Wo ist der Dreizack? Da ist der Dreizack. Okay. Hinten links. Oh Gott. Noch mal hinten links. Oh Gott. Hinten rechts. Äh, ja. Noch mal hinten rechts. Ja. Rechts. Ja. Und dann vorne rechts. Ohne rechts? Ja. Und stehen bleiben. Ja. Ich geh das nicht ewig. Okay. Ja. Dreizack nicht. Axt nicht. Oh, wie war ich denn? Okay. Vorne links. Noch mal vorne links. Nur links. Hinten links. Gott. Hinten rechts. Und stehen bleiben. Hände hoch. Stehen bleiben. Stehen bleiben. Bleib nicht stehen. Jetzt stehen bleiben. Ich bin runtergefallen. Nein, wiss ich nicht. So. So, nicht auf die Sichel, nicht auf das Ding. Nicht auf dem Stehen. Okay. Äh, rechts. Vorne rechts. Du träumst halt von vorn und hinten. Vorne rechts. Ich glaub auch. Vorne links. Und links. Zum Hammer. Okay. Dann wahrscheinlich sind wir jetzt fertig. Ich hoffe es doch. Wenn das richtig ist, hoffe ich, dass der Ausgang sich öffnet. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich kann die Kugel platzieren. Sehr schön. Nice. Komm, schlag ein. Sehr gut. So, jetzt drehen wir das Spiel. Ziehen wir? Oh, warte mal. Jetzt kommt hier irgendwas. Jetzt rein. Dies. Vielen Dank.